Wer die letzten Tage beim Discounter Aldi seine Lebensmittel mit EC-Karte gekauft hat, sollte mal lieber auf sein Konto schauen. Wie nun in einer Meldung bekannt wird, wurden einige Lastschriften mehrmals eingelöst. Wer also nur für weniger Euro eingekauft hat, könnte auf seinem Konto dann ein blaues Wunder erleben. Betroffen sind Zahlungen zwischen dem 2. und 3. Januar. Aufgrund eines technischen Fehlers ist es zu Störungen der Kartenzahlung in den Aldi Südfilialen gekommen. In der Folge wurden zahlreiche Kreditkartenzahlungen mehrfach belastet. Zahlungen per Giro-Kart waren nicht betroffen. Die Rückbuchungen auf die entsprechenden Konten erfolgen automatisch und so schnell wie möglich. Dies kann jedoch einige Tage in Anspruch nehmen. Bis dahin bitten wir unsere Kundinnen und Kunden noch um etwas Geduld.